Top 3 Penny Stocks für den Juni und Juli 2021. In diesem Video zeige ich dir 3 Aktien mit sehr geringem Aktienkurs. Wir werden uns wieder 3 Penny Stock Aktien etwas näher anschauen. Ich habe diesmal ein Unternehmen aus den USA, das zu den First Movern in seinem Bereich gehört. Ein vielversprechendes Unternehmen aus dem Biotech Bereich und ein Unternehmen für den Bereich Sport. Und hier ein ganz spezifischer Sport. Sollte nach diesem Video dein Hunger auf Penny Stocks noch nicht gestillt sein, dann bleibe einfach bis zum Ende dran. Denn am Schluss gibt es noch eine Verlinkung zur Penny Stocks Playlist, wo du auch sämtliche Penny Stock Videos dieser Videoreihe dir anschauen kannst. Die Wertpapierkennnummern gibt es wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Und am Ende des Videos, nachdem ich die Titel für die Sommermonate Juni und Juli vorgestellt habe, werde ich übrigens die Performance der Penny Stocks aus den vergangenen Monaten zeigen. Diese Performance Tabelle werde ich so lange fortführen und immer am Ende der Videos einblenden und aktualisieren, solange es diese Serie gibt. Und nach einiger Zeit kann man dann ablesen, ob man mit Penny Stocks tatsächlich, wie es viele hoffen, ein Vermögen machen kann oder diese eher nichts für einen sind. Und hierzu dann auch gleich noch ein ganz wichtiger Hinweis. Penny Stocks sind per nordamerikanischer Definition Aktien, die einen Kurswert bis 5 US-Dollar haben. Bei modernen Brokern, die keine oder sehr geringe Gebühren verlangen, kann man in diese Aktien daher bereits schon mit einem kleinen Taschengeld investieren. Dennoch ist wichtig zu verstehen, dass diese Penny Stocks oftmals deutlich risikoreicher sind als Investitionen in andere Unternehmen und auch mit einem erhöhten Risiko eines Totalverlustes verbunden sind. Zudem sagt der Kurswert gar nichts darüber aus, ob eine Aktie günstig oder teuer ist. Ganz wichtig für diese Beurteilung ist immer die Anzahl der ausgegebenen Aktien und die dann daraus resultierende Marktkapitalisierung. Wenn du mehr hierzu erfahren möchtest, dann schau dir auch unbedingt das Video an, was ich dir jetzt oben rechts einblende. Aufgrund des sehr spekulativen Charakters von den meisten Penny Stocks ist grundsätzlich auch festzuhalten, dass ein vernünftiges und stabiles Depot maximal nur einen sehr, sehr kleinen Anteil in Penny Stocks ausweist. Zudem ist dieses Video keine Anlageempfehlung, sondern soll dir nur zur Information und Unterhaltung dienen. Fangen wir jetzt aber direkt an mit unserer ersten Aktie. American Battery Metals Corporation oder kurz ABML ist ein Unternehmen aus den USA, das sich auf den Zukunftsmarkt des Lithium Batterie Recyclings und auf der Wiederaufbereitung der darin enthaltenen Rohstoffe konzentriert. Dass dieser Bereich sehr wichtig ist, zeigen sogar Daten von eher konservativen Studien, zum Beispiel die von Bloomberg. Laut Bloomberg sollen bis zum Jahr 2040 35% aller neu zugelassenen Autos voll elektrisch sein, wobei ich diese Zahl für extrem konservativ halte. Ich denke, dass wir sogar 50% deutlich vor 2040 sehen werden. Aber selbst mit diesen konservativen Schätzungen wird der Bedarf in den kommenden Jahren an Batteriemetallen deutlich zunehmen, wie ihr hier auch im rechten Schaubild sehen könnt. Unter anderem Graphit, Nickel und Lithium könnten dann teilweise sehr knapp werden. Außerdem kommt hinzu, dass ein Großteil dieser Metalle nicht in den USA gewonnen werden, was in der heutigen politischen Gemengenlage Abhängigkeiten schafft für kritische Ressourcen. Und genau hier will ABML ansetzen und den US-Markt mit diesen wichtigen Metallen versorgen und die aktuelle lineare Wertschöpfungskette in ein echtes Kreislaufsystem umwandeln, wo am Ende die Metalle aus den Batterien und der Produktion wiedergewonnen werden, aufbereitet und dann in den Kreislauf zurückgeführt werden sollen. ABML möchte sich hier aber mit zwei Standbeinen aufstellen. Das erste Standbein ist das eben beschriebene Recycling von Lithium-Ionen-Batterien. Das Interessante hier ist, dass das Konzept von ABML von BASF aus Deutschland ausgezeichnet wurde, für das beste Design mit niedrigen Kosten und guter Umweltverträglichkeit bei gleichzeitig hohem Rohstoffkreislauf nutzen. Die Führungskräfte bestehen zudem aus ehemaligen Mitarbeitern von Tesla und Panasonic mit Erfahrungen in der Gigafactory. In wenigen Jahren soll in Nevada die weltweit größte Batterie-Recycling-Fabrik der Welt entstehen. Da es aber noch einige Jahre dauern kann, bis wirklich ein riesiger Berg an zu recycelten Batterien vor den Hof von ABML kommen, hat man ein zusätzliches Standbein, nämlich die Gewinnung von Lithium-Hydroxid in Nevada. Hier hat man bereits mit DuPont und American Lithium sehr starke Partner gefunden. ABML sieht selbst mehrere Konkurrenten auf dem Gebiet, unter anderem Redwood Materials, Leicycle, Norfolk und Lithium Americas. Keiner der Konkurrenten setzt auf beide Standbeine des Recyclings und der Gewinnung gleichzeitig. Wer beispielsweise den Hype um Redwood Materials verfolgt hat, in das man nicht investieren kann, weil es ein Privatunternehmen ist, der kann durchaus ABML einen genaueren Blick unterziehen. Die Aktie von ABML kostet aktuell 1,7 Euro, die Marktkapitalisierung beträgt aber schon stolze 1 Milliarde Euro, was ABML nicht mehr zu dem kleinsten Pennystock nach Marktkapitalisierung macht. Die nächste Aktie ist Fortress Biotech. Auch Fortress Biotech kommt aus den USA und ist, wie der Name schon sagt, ein Biotech-Unternehmen. Schaut man sich aber das Programm von diesem Unternehmen an, dann ist Fortress Biotech ein ganz, ganz besonderer Biotech-Pennystock. Normalerweise haben Unternehmen dieser Größe und aus dem Biotech-Bereich noch keine Produkte auf dem Markt und forschen an einem oder maximal zwei neuen Produkten. Nicht so Fortress Biotech. Das Programm ist wirklich riesig. Man verzettelt sich aber nicht nur in klinischen Studien, sondern kann gleich sieben Produkte vorzeigen, die bereits jetzt aktuell auf dem Markt sind. Zudem stehen weitere sieben Produkte bereits in späten klinischen Studien, was heißen könnte, dass hierbei zusätzlich nochmal mehr Umsatztreiber hinzukommen könnten. Zudem ist das Produktportfolio an sich extrem diversifiziert und auf unterschiedliche Krankheitsarten und Anwendungsgebiete verteilt. Von Impfungen über seltene Krankheiten bis Krebs und Gentherapie hat man alles im Portfolio. Diese starke Diversifikation und besondere Produktprogramm für solch ein kleines Unternehmen hat seine ganz spezifische Gründe. Fortress Biotech sieht sich nämlich selbst als ganz opportunistisches Unternehmen mit starkem Fokus auf Shareholder Value und hat entsprechend auch sein Geschäftsmodell danach aufgebaut. Während andere sich mit viel Bürokratie aufhalten und sich nur auf ganz spezifische Krankheiten und Heilmittel konzentrieren, schließt Fortress Biotech grundsätzlich erstmal nichts aus und sucht gezielt nach vielversprechenden Medikamenten, egal aus welchen Sektoren. Es müssen nur die ersten klinischen Daten vielversprechend sein und ein Markt sowie Burgmauer vorhanden sein. Ziel ist es hier eben eine starke Diversifikation zu schaffen, die das Risiko begrenzt und zugleich ein hohes Wachstum ermöglichen soll. Bereits nächstes Jahr soll zudem der Sprung zur Profitabilität gelingen. Für mich ein wirklich interessanter Pennystock aus dem Biotech-Bereich, der mich aufgrund der starken Diversifikation so ein bisschen auch an BB Biotech erinnert, wobei hier natürlich noch ein gigantischer Größenunterschied besteht. Fortress Biotech-Aktien sind aktuell für 3,1 Euro zu haben und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 300 Millionen Euro. Weil wir mit der EM und den Olympischen Sommerspielen zudem ein Sommer im Zeichen des Sportes sehen, habe ich zudem eine Aktie mitgebracht, genau aus diesem Bereich des Sports. Und genauer gesagt sogar eine Aktie aus einem der am schnellsten wachsenden Sportarten überhaupt. Wer jetzt aber an Fußball, Basketball oder Sonstiges denkt, liegt falsch. Es handelt sich um eine E-Sports-Aktie und einen E-Sports-Pennystock. In diesem Fall geht es um ESI Entertainment aus Kanada, das sich ganz auf den E-Sports fokussiert und hier einem der am schnellsten wachsenden Sportmarkt überhaupt. Wobei E-Sports längst das Nerd-Image kleiner LAN-Partys abgelegt hat und auf die ganz, ganz große Weltbühne vorgerückt ist. Man braucht sich nur die Preisgelder anschauen, um zu sehen, dass hier gigantisch viel Kapital dahinter steckt. Novak Djokovic oder Tiger Woods haben im Jahr 2019 zwischen 2 bis 3 Millionen Dollar an Preisgeldern gewonnen, nach einem Turniersieg. Der E-Sports Dota Champion im Jahr 2019 hat 15,6 Millionen Dollar an Preisgeldern erhalten. Zudem wächst der Markt, der hauptsächlich aus Medienrechten, Werbung und Sponsoren besteht um 25% jedes Jahr. In Europa sind wir sogar relativ weit vorne in diesem Bereich. In Katowice sind zum größten E-Sports-Event in der Geschichte 173.000 Fans erschienen. Zudem haben 46 Millionen Personen aus der ganzen Welt online zugesehen. Nur mal zum Vergleich und ich habe hier jetzt extra nachrecherchiert. Bei dem bestgesehensten NBA-Spiel aller Zeiten haben etwas weniger als 36 Millionen Zuschauer eingeschaltet gehabt. Und Basketball ist in den USA jetzt nicht unbedingt ein Sport, bei dem wenig Geld verdient wird. Fakt ist, E-Sports entwickelt sich langsam aber sicher zu einem ernstzunehmenden Event, bei dem große Namen relativ viel Geld in Marketing stecken. Und dieser Markt wird in Zukunft eher wachsen als schrumpfen. Und auch hier hat ESE einiges anzubieten zu ihren Partnern und Sponsoren, gehören ein paar große Namen wie Red Bull, LG und Porsche. ESE ist hier zudem auch interessant, weil es sich im Bereich des E-Sports sogar vergleichsweise noch breit aufzustellen versucht. Man hat zum einen das Technologie-Segment, mit dem man versucht, über Software eine Vereinheitlichung bei den Turnieren und den Übertragungen herzustellen. Zudem gehört hier der Aspekt des E-Commerces auch mit rein, bei dem man über Zusatzverkäufe in Online-Shops Geld verdienen will bei entsprechend großen Events. Und neben dem Technologiebereich dann auch noch das Thema Support, was als eine Art Community und Fan-Interaktion und Kommunikation dient. Und zudem noch den anderen großen Arm, nämlich das Game-Franchise, wo man dann eben eigene E-Sports-Teams hat oder eigene Ligen auflegt, Turniere veranstaltet und darüber hinaus dann auch noch Werbeeinnahmen generieren will. ESE Entertainment ist also meiner Meinung nach ein sehr interessanter Pennystock für das Thema E-Sports. Das Risiko ist aber auch hier in jedem Fall auch enorm, denn auch die großen Softwareentwickler und Gaming-Publisher hantieren oftmals direkt und indirekt im E-Sports-Bereich. Die Frage ist hier, ob für die kleineren Anbieter am Ende genug Raum zum Wachsen bleibt. Die ESE Entertainment Aktie bekommt man für 95 Cent, was aktuell einer Marktkapitalisierung von nur 50 Millionen Euro entspricht. Was in dieser ganzen Pennystock-Serie mit die geringste Marktkapitalisierung überhaupt ist und entsprechend ein enorm hohes Risiko bedeutet. Und jetzt schauen wir uns doch an, wie die Pennystocks aus den Vormonaten abgeschnitten haben per heutigem Datum. Wenn dir dieses Video aber bereits bis jetzt gefällt, würde ich dich bitten, mir unter diesem Video ein Like zu geben und den Daumen nach oben zu drücken. So unterstützt du meinen Kanal aktiv mit, indem du meine Sendereichweite erhöhst. Vielen Dank dir dafür. Hätte man zum Video Zeitpunkt gekauft und in jeden der vorgestellten Pennystocks 100 Euro investiert, dann hätte man heute einen Verlust von 103 Euro und somit eine negative Performance von 6,4%. Schaut man sich die Einzelpositionen an, dann sieht man, dass sich vor allem die Pennystocks aus der ersten Folge eher schlecht entwickelt haben. Eine Invisible, InVivo sowie die KI-Aktie aus der Januar-Folge haben knapp 60% verloren, was auch daran lag, dass im Januar der Markt wirklich sehr heiß gelaufen war und einfach das Timing für den Start der Serie ein bisschen schlecht gewählt war. Auf langfristige Sicht sollte das aber egal sein. Die Strategie bei den Pennystocks, die ich mit diesem Experiment ausprobieren möchte, ist es langfristig in interessante Pennystocks zu investieren bzw. zu simulieren und dann zu schauen, wie man abschneidet. Klar ist, dass Pennystocks eben hoch riskant sind und es in diesem Musterdepot reihenweise Ausfälle geben wird. Die Frage ist nur, ob man dann den ein oder anderen Kandidaten findet, der sich dann verzickfacht hat und somit das Depot wieder in den grünen Bereich dreht. Und Promise Neurosciences und Maya Burger werden im Moment zwei solcher Kandidaten, zumindest wenn man nach der Performance bis hierher geht. Mich würde jetzt noch interessieren, ob du Pennystocks auf den Schirmen hast, die bei mir hier zum Beispiel noch gar nicht auf der Liste sind und vorgestellt wurden. Wie diese Pennystocks hier dann in einem weiteren Monat performen werden und wie dann die heute vorgestellten Pennystocks abschneiden werden, sehen wir dann in der nächsten Folge dieser Videoreihe. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere doch unbedingt meinen Kanal und aktiviere auch in jedem Fall das Glöckchen. So verpasst du dann auch in Zukunft nicht die nächste Folge für dieses Format. Und wenn du noch mehr Pennystocks sehen möchtest, dann klicke jetzt auf dieses Video. Vielen Dank dir fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao. 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 Vielen Dank.